Was hast du getan? Ah. Alles lasse ich, ihr müsst gleich. Lager damit hauen. Das ist jetzt ein Sartori, um dir zu zeigen, wo ich am besten vergehen möchte. Ich find das Spiel ganz witzig, muss ich sagen. Echt lustig. Und deswegen hab ich mir den Spaß auch zu suchen. Echt süß gemacht finde auch. Ich bin leicht abgehackt, okay. Oh nee, oh hallö, ich immer lieber. Ihr seht jetzt, die Maske brennt. Ich muss hier wegkommen. Bleib ruhig. Ich bin abgehackt, sagt sie. Oh, das geht nicht. Bleib ruhig. Ne, er verfolgt. Kreuz 7. Er kann ruhig herkommen. Gleich helfen. Bleib ich nicht alleine. Es war mein Geschenk, als ich deine Maske drüben habe. Aber nur für gute Zeit. Auch Personal sind Mörder. Gäste sind ihre Mörder. Aber sie werden alle kontrolliert. von den Masken, die sie tragen. Ich habe noch ein Geschenk. Taschenuhr. Wichtig. Wie geht's denn jetzt wieder besser mit dem abgehackt sein? Ich hoffe doch. Wäre recht. Ich habe es von dem an, dessen Ermordung du nicht angesehen hast. Wenn du es zu Sixpans zurück bist, kann er dessen volles Potential erschließen. Aber zuerst musst du ihn retten. Los, nicht wirklich. Und servus zusammen. Okay. Sound ist abgeabt. Das ist aber nicht nice. Ah, ich weiß warum. Alles klar. Gerne. Boah. Ich hoffe mal, jetzt müsste es besser sein. Nee, leider nicht. Oh mein Gott. Jetzt müsste es funktionieren, denke ich. Ich hatte doch noch eine Rauschentunnel. Man. Aaaaaah. Geh. Wartet mal kurz. Ich muss mal die Empfindlichkeit einstellen von dem Airsetter. Eieieieiei. Nein, so langsam wieder. Ach, je. Ach, ja. Ach, ja. So. Jetzt müssen wir wieder... Ich muss mal die Empfindlichkeit sein. So. Eieieieieiei. Bibi. Und noch gut. Ja, hallöchen. Ach, Mann, 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 Mann. So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren wieder. Meine Güte. Ja, jetzt nicht mehr. Ich habe es gerade wieder abgestellt. Jetzt dürfte ich nicht mehr doppelt zu hören sein. Echow, was? Echt immer noch. Verdammt. Ach, Gott. Das Mikro klingt echt besser. Ja, es ist auch mein altes Mikro. Das andere. Das andere, das war halt Katastrophe. Eieieieiei. Nein, alles gut. Nun, wunderbar. Dann bin ich super begeistert. Es freut mich, dass ihr alle da seid. Und willkommen nochmal an euch alle. Meine Güte. Trini will mein Leben mal spielen. Ich habe das mal gesehen bei einem anderen Spiel. Ich hatte mal kurz reingeschaut. Und ich fand es geil. Ich fand es einfach nur geil. Es gefällt mir richtig gut, das Game. Und da dachte ich, das muss ich selber mal spielen. Und wollte euch dabei teilhaben lassen. Ganz einfach. So. Sie geht wieder löten. So, kaputte Taschenuhr. Benutze die Taschenuhr, um am Tag 12 Uhr neu zu starten. Die Taschenuhr ist teilweise beschädigt. Weshalb sie sich nur um 17 Uhr zurücksetzt. Falls du eine Möglichkeit oder eine andere Person findest, sie zu reparieren, wirst du mehr Kontrolle über die Zeit haben. So. Hier haben wir unser kleines Menü. Hier siehst du den aktuellen Gast oder die Gäste, die du zu retten versuchst. Außer im letzten Battle gekommen. Nein, ich hab's mir bei Steam selber geholt. Und wir haben die Errungenschaft. Das Ende vom Anfang. Dann wollen wir mal. Das Ende vom Anfang. Der McKinley lädt sie zur heutigen Abendversammlung ein. Der McKinley lädt sie sich mit jedem entdeckten Zimmer vergrößern. Ah, wir haben die Karte gefunden. Nice. Zeitschieber. Die Bewegungen für die Charaktere, die du gesehen hast, werden auf der Karte hinzugefügt. Du kannst die Zeit, auf die Karte gezeigt wird, anpassen, indem du die Zeitschieber verwendest. Alles klar, ich verstehe. Das schmerzt. Das schmerzt. Och nö. So. Grundfallverzierte Standuhr, sie muss aufgezogen werden. Okay. Also das ist offensichtlich auch unser Zimmer, wo wir derzeit starten werden. Ah, Bingo. Nein, ich finde dieses Game, finde ich einfach ziemlich interessant gemacht. Ich finde es süß gemacht. Es macht Spaß dazu. Ich fand es Spaß, sich zuzugucken. Deswegen dachte ich, ich probiere es einfach mal aus. Und lasse euch, wie gesagt, drei haben. Eine Platzpatrone haben wir gefunden. Sehr schön. Oh. Da war ich zu zügig, verdammt. Okay. Ah, da ist er. Okay. Tschüss. Ja, ich muss mal gucken. Ah, wir sind zu spät. Verdammt. Ah, sie ist noch geladen. So. Das ist das mit dem Zeitschieber, was sie gesagt hatten. So, warte mal. Z. Ah. Alles klar. Da müssen wir den Tag aber nochmal neu starten, ich Idiot. Hm, da war ich zu langsam. Aber Hauptsache, euch geht es allen gut. Das ist die absolute Hauptsache jetzt derzeit. Ich finde es auch, wie gesagt, auf jeden Fall ziemlich lustig, das Game. Ah, ich glaube, jetzt kommt er. Da kommt er. Meine Güte, dieser Raum wirkt unheilvoll. Ah, ha. Ha, 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 ha. So, da fällt die Platzpatrone runter, die brauchen wir gleich. Würde ich mal behaupten, für das Gewehr. Oh, ha. Oh, ha. Oh, ha. Oh, ha. Oh, ha. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wow, noch gut! Vielen lieben Dank für deinen Re-Sub, mein guter! Drei Monate... Wupp, wupp! Dankeschön! Vielen lieben Dank!